Als ob der Yoshi vor mir war! NIEMALS! So, Freunde, wir sind in Mario Kart drin mit einem Füllstart, Mano, Perfekt. Ah, Fanfictionärer auch drin. Nachdem wir bei Poppy Playtime kurz vor Ende einfach keinen Bock mehr hatten, ne? Weil es einfach rumgebackt hat. Und es gibt auch nichts, was mich hält. Ganz ehrlich. Wieso werden jetzt hier so die Emotes reingespampt oder die Kanalbelohnungen? Was habe ich verpasst? Habt ihr das irgendwie abgesprochen? Jetzt alle Kanalbelohnungen reinspammen oder was? Ich habe meine Mitsyschaft natürlich selber gekauft, Jade. Ja, wahrscheinlich. So, gucken wir mal. Ronaldo ist vor allem outreend. Fanfictionärer. Hops genommen oder was? Oh, wieder vier Pilze. Machen wir vier Pilze only oder was? Ronaldo, Platz da machen. Bitte nicht die grünen kassieren. Und auch nicht den roten und auch nicht den Stern. Es gibt viele Dinge, auf die wir aufpassen müssen. Wie zum Beispiel auch bei Poppy Playtime, den Dreckspielen. Ach, wieder. Mann, ich habe nur Pilze bekommen bisher Stalingrad. Mann, das kann es nicht sein. Leo Messi schon wieder. Oh, wahrscheinlich. Oh, schon wieder vier Pilze. Mann, ich habe noch wieder nichts anderes bekommen. Das kann es doch nicht sein. Achtung, ich habe wieder richtig Bock auf vier Pilze. Oh, gib mir einmal was anderes außer Pilze. Oh mein Gott. Ja, blauer Panzer. Super, muss ich wirklich sagen. Macht richtig Spaß. Top 3 sieht übel aus für alle Belieber. Der ist auch so drei Pilze. Oh, was anderes. Oh, heftig. Oh Mann, das ist so gut. Es fängt ja wirklich super klasse wieder an. Kugelbilly oder tot? Kugelbilly oder tot? Tot. Erballo-Kombo bringt mir gar nichts. Achtung, oh doch, die Roten wegmachen vielleicht. Ach nein, er scheppert mir gleich die Roten rein. Ach nö. Wo mir ist es mir egal. Mann, Gabo, du Dreckzau. Das kann es nicht sein. Nimm doch das rechte Top. Trotzrunde, Digga. Nächste Runde, Pilzschlucht mit DK. Damit könnten wir eventuell den Gapjump schaffen. Weil es ja ein schwerer Charakter ist. Kein Waluigi-Timer. Auch wieder kein Item vor allem. Wieso kam eigentlich keine Marius-Piste ran? Es war Marius-Piste zur Auswahl. Die Leute nehmen Pilzschlucht. Ja, auch der war wirklich. Mücke, Paragrafenzeichen heißt der Junge. Bitte drei Pilze für die Abkürzung. Ja, 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 ja. Okay, jetzt Achtung, belieben. Nein, 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 was ist das denn für eine Scheiße? Was tust du? Trotzdem. Ja, natürlich. Es ist nicht möglich, wenn du keinen Anlauf nehmen kannst. Ey, meine Güte. Er überfährt mich, Mann. Das war mein Moment gewesen mit dem Gapjump. Ach, wieder drei Pilze. Ganz klar, Junge. Ah, Leo Messi. Moin, moin. Bitte noch was Gutes. Bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Ein Mann, oh, komm mal. Ein Mann, oh, komm mal. Okay. Wir behalten die drei Pilze. Wir behalten die drei Pilze. Da kann Ulti auch nichts machen. Okay. Bitte keinen Roten kassieren. Jetzt bitte. Lass mich einmal den Gelbschein versuchen. Einmal. Bitte nicht wieder überfahren werden. Wie wäre es denn? Okay. Wupp. Nein, nicht gut genommen. Oh, nein. Nicht gut genommen, muss ich leider zugeben. Nicht gut gefahren von mir. Meine Güte. Oh, der Controller war kurz ausgegangen. Ne, müssen wir leider kurz stehen geblieben. War nicht mit Absicht. Nein, nein, nein. Gut. Da. Bitte noch einmal das Erdmanokombo. Bitte einmal Erdmanokombo. Wäre so wichtig jetzt. Ja, genau so wollt ihr es haben. Bitte. Jetzt muss doch mal irgendwie der Biss reinschöpfen in der letzten Runde. Das wäre so wichtig. Wie soll denn jeder Raketen? Oh Gott. Nein, der Gapjump muss... Meine Fresse, Alter. Ihr müsst mich immer alle überfahren. Kann das sein? Oh Gott. Stern haben wir auch noch. Bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Rein, rein, rein. Oh. Vierter nur. Nein. Es hat nicht für die Top 3 gereicht. Nächste Runde. Die große Drachenmauer. Let's go. Vielleicht eventuell direkt ein Pils für die Abkürzung. Bitte, 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 bitte. Oh, eine Münze für die Abkürzung. Als Zweiter. Ja, selbst Leo kriegt was Besseres als ich. Als Erster. Was soll das? Okay, aufpassen. Hey, wo kommt denn der schwarze Yoshi auf einmal her? General May, was hast du gemacht? Oh, er hat einen roten Panzer. Ich darf nicht überholen. Noch nicht überholen. Jetzt darf ich überholen. Er schmeißt den roten weg. Was ein Idiot. Ach du Scheiße. So, und whoop. Einmal weggedrötet. Let's go. Rosalina. Und das sieht schon wieder nach Top 3 aus. Oder was sagt ihr? Ach, einer hat All-In auf Nein gemacht. Wie kann man so blöd sein und nicht belieben? Oh, die spritzt alles voll. Nein, kein Doppel-Item. Oh, trotzdem Block-Item. Wichtig. Oh nein, es kommt wirklich ein blauer. Ich habe gerade eben noch... Ganz schnell. Ja. Perfekt. Genauso wollte ich es machen. Bombe gelegt. Oh mein Gott. Ja. Und dann direkt in die Banane. Aber das ist auch nicht so viel gebracht. General May. Wieso bleibst du stehen? Aber er will das bessere Item haben. Okay, ich checke. Ich hoffe, er hat nichts Gutes bekommen. Oh, zwei rote. Ne, nicht auf mich. Sehr gut. Sehr gut. Immer noch erster. Deine Taktik ging nicht aufgenommen. Nein. Was tue ich denn da für eine Scheiße? Ich wollte das Doppel-Item einsammeln. Oh mein Gott. Ja, noch eine rote, theoretischerweise. Oh, gönn dir meine Münze, Boo. Oh mein Gott. Trotzdem Top 3. Trotzdem Top 3. Oh mein Gott. General May ist wirklich der größte Bananen-Schiere, den ich erkenne. Ich erkenne. Sechster Platz. Nicht mal. Das reicht mal langsam. Junge, was wollt ihr noch einer auf mich schmeißen? Nur weil ich einen Fehler gemacht habe. Junge. So. Oh mein Gott. Das war so. Ja, sieht nicht gut aus für Top 3. Sieht absolut nicht gut aus für Top 3. Einzige Hoffnung ist halt, dass es hier Bots sind. Oh oh. Ich hätte alles einsetzen. Oh mein Gott. Ich weiß. Ich habe keine Kontrolle mehr mit meinem Fahrzeug. Ich glaube, bei mir drei Pilze noch mal sterben. Wo ist denn der Blitz, wenn wir ihn einmal brauchen? Ja, der ist wirklich der Blitz, wenn wir ihn einmal brauchen. Ein Platz noch gut machen. Es reicht. Es reicht für die Top 3. Weil ich den Luigi noch überfahren habe. Oh mein Gott. Ach, direkt Fehlstart, Manu. Also wirklich unfassbar mit Mundwasser. Eins. Zwei. Zählt. Zählt, würde ich sagen. Reicht jetzt auch mal. So, zumindest sind ein paar Noobs drin. Was ist denn da los? Was mache ich denn hier gerade? Was ist denn was zum Teufel? Hä? Was passiert denn hier gerade? Ich fahre gerade wie der letzte Bauer. Eins. Zwei. Ja, der, wenn ich einmal Boost habe, dann kann ich auch nicht stehen bleiben. Also, es geht nicht. Ich kann nicht stehen bleiben, wenn ich Boost habe. Oh mein Gott. Ja, nee. Wir nehmen kein Item mit. Kein Item. Elfter. Sieht wieder nicht so gut aus. Wir hätten ein allerhöchstes Erdmano-Kombo kriegen können. Und dafür bleibe ich nicht stehen. Ganz ehrlich. In der zweiten Runde können wir ein bisschen stehen bleiben. Aber noch nicht jetzt. Ah. Vorbei an der ganzen... Warte mal. Ich bin schon wieder 10 da, Junge. Wovon jetzt, wenn ich hier reinscheiße. Ach, da kriege ich eine Kanone vor mir. Da verliere ich sogar noch Punkte. Da verliere ich global Punkte. Ah, einmal... Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Eins. Zwei. Ach, ich habe ganz... Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Ich kann nicht mehr stehen bleiben, wenn ich hier die ganze Zeit geboostet werde. Ich brauche direkt nochmal neue Items eigentlich. Ach, nee. Nee, 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 nee. Komm, bitte Blitz. Bitte Blitz. Glaub mir irgendwas Gutes. Ach, meine Güte. Michi. Michi, Laura. Okay. Siebter. Stehen bleiben? Nee. Ich bleibe nicht stehen. Ich bleibe nicht stehen. Ich war das nächste Doppelheizem. Ja, Gabo schmeiß den Scheißroten nach hinten. Ja, natürlich werden wir wieder aufgefressen. Wer war es? Natürlich ein Abonnenten. Wer sonst? Oh, nein, 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 nein. Nicht den Roten kassieren. So, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Eins. Zwei. Zählt. Zählt. So, jetzt bitte noch ein Admano-Kombo zumindest. Okay, die verbessert der Admano-Kombo sogar. Wo ist der Blitz? Jetzt. Ja. Oh mein Gott, da ist es, Top 3. Bitte jetzt gar nichts mehr kassieren. Bitte keinen Roten mehr kassieren, wenn ihr Ehre habt. Mann, mein scheiß Abonnent. Nächste Runde, Pilz-Pass. Let's go. Einmal mit dem Windschatten. Geil, direkt vom Anfang an. Dankeschön. Und direkt ein Pilz, wäre auch geil. Pilz. Oh, zwei Rote. Auf Raoul. Ah, leider auf Shadow gegangen, der Rote. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ah, schön. Taxi gedutscht. Ich habe nur auf die Bananen vor mir geachtet. Und ja, wahrscheinlich direkt die zweite Grüne schon, oder was? Ey, du bist sensationell gefahren. Direkt zwei grüne Panzer in deinen Arsch. Ja, super klasse. Bitte, ja, vier Pilze. Ja, war klar gewesen. War so klar gewesen, wie ich Mario Kart einfach... Ich kann nicht mal die Abkürzung nehmen wegen diesem Scheiß-Flix-Bus, Junge. Willst du mich verarschen? Wollen wir mal drei Pilze? Ja, ein Pilz. So, schön nach vorne düsen. Nicht die Hupe kassieren von Fanfiction-Era. Wenn nicht so schön. Oh, wieder vier Pilze, Digga. Könnt ihr mal was anderes geben, außer Pilze? Wie wär's mit dem Stern oder so? Nein, Armin Latschett ist drin. Aber wie hat er es dann wieder reingeschafft? Die Lobby war da voll gewesen. Aber er hat einen Buhu. Auf unsichtbar angelehnt, oder was? Okay. Nicht brechen lassen, alles gut. Ist nur ein Bumerang von der Dönerfrau. Passiert manchmal. Ah, nein, ich schaue wieder den Roten. Es reicht langsam mit Hops nehmen. Ey, diese Sache habe ich schon kassiert. Ey, wieder ist der Flix-Bus vor mir. Okay, immerhin kann ich die Abkürzung nehmen, die jeder nimmt. Ja, korrekt nochmal an der Stelle. Wäre ich keinen einzigen Platz gut gemacht. Ja. Items brauche ich nicht. Noch eine Bombe, pass auf. Ach, Mann. Was ist das denn für eine Hopsnahme heute? Oh Gott. Ich finde jetzt einmal gute Items. Nochmal Erd-Mannung-Kombo. Bitte. Stern-3-Pilze. Gib mir doch irgendwas, Mann. Ich kriege gar nichts hier. Leute, weil ich ganz Zeit nur auf die Schnauze kriege. Ja, Erd-Mannung-Kombo, aber zu spät. Ich hätte es früher gebraucht. Oh, kannst du den Stern einsetzen? Armin überfahren. Bitte reicht der Stern noch für die Abkürzung. Ich höre keinen Sound, bitte. Oh, mein Gott. Es reicht noch. Vierter. Dritter. Für die Wette. Dritter. Für die Wette. Ja. Ja. Nein. Oh, mein Gott. Nein. Als ob der Yoshi vor mir war. Mach einen Clip. Niemals. Niemals war Patrick vor mir. Da. Guck mal. Da ist nicht im Ziel. Da ist nicht auf der Ziellinie. Oh, mein Gott. Guck doch. Guck doch. Wo ist Ace Patrick vor mir? Wo? Wo? So. Erste Runde. Kein Ice-High-Pike-Stadion. Extrem wichtig. Wir spielen Mario, weil wir einfach mal ein paar Charaktere durchswitchen wollen. Und vielleicht bringt er der Bruder vom besten Charakter aller Zeiten auch ein bisschen Glück. Ach, Raul. Schalke 04 mal wieder drin, Freunde. Wie immer gefühlt in letzter Zeit. Oh, wieder vier Pilze. Nehmen wir gerne mit, Freunde. Nehmen wir gerne mit. Ah, der schwarze Schalgei spielt hier mit. Ah, ja. Okay. Ups, schön. Ja, falsch. Cool. Mann, wer legt da seine Banane direkt vor das Doppel-Item? Und ich krieg so ein... Ja, ist das super klasse gemacht. Bowser Jr. hat eine Bombe gelegt. Also wirklich heftig. Ah, Leon, moin moin mit dem Splatoon-Charakter. Gut, nach hinten schmeißt. Bringt anscheinend nix gerade. Komm, äh, ja. Immerhin. Ja, ein, zwei Plätze gut gemacht. Paar Münzen mitnehmen. Toilette abschwerfen. Ah, leider nicht. Achtung, jetzt habe ich noch eine Ladung. Ich habe noch eine Ladung. Ziel will gelernt sein. Wupp. Ja, ich habe ihn nicht mal hops genommen, glaube ich. Ja, vier Pilze eigentlich ganz gut. Aber in der Passage oft Blitz. Sehr, sehr oft Blitz. Und jetzt haben zwei Leute direkt einen Stern. Wie weit ist denn der erste weg, dass die einen Stern haben? Beide als dritter oder fünfter. Was soll das? So. Kein Waluigi-Time. Ja, ich habe auch einen Stern. Jetzt ein Blitz. Jetzt gerne einen Blitz, Freunde. Sehr gerne gesehen. Oh. Jetzt ein Blitz. Drei Pilze, bitte. Oh, Gott. Feuerblume nicht gut. Und alles da hinten schmettern. Alles da hinten schmettern. Zweiter. Oh, ja. Nummer... Ey, das könnte was werden mit zwei Pilzen. Oh, passt auf. Beliebt auf den ersten. Da ist er. Nein. Nächste Runde Vancouver Park. Auch wie so denn immer Mario Kart Tourstrecken. Sagt mir einen Grund, wieso ihr jetzt nicht Toad's Piste gewählt habt. Vancouver Park. Richtig coole Strecke. Guckt mal an. Das schaffen wir. Guck mal, da können zwei Leute nebeneinander stehen. Was ist denn das? Das ist keine Map für Mario Kart 8. Ach, wieder Pilze. Es geht genauso weiter, wie es aufgehört hat mit ein paar Pilzen. Oh, cool. Bitte Platz machen. Bitte Platz machen. Bitte Platz machen. Danke. Ach, wer legt da seine Scheiß-Banane hin? War das? Welcher Bananen? Schee da. Gib mir zwei Items. Ich bin der Pilze und der Blume, Digga. Eine Blume für Lady. Hoffentlich noch da ist. Grüße. Ach, bin ich Dödemann? Na, ne. Dödemann kriegt leider keinen Kugel. Kugel will die ab, wahrscheinlich. Oh, Feuerblume. Bitte. Danke, dass man Doppel-Eisen kriege. Heftig. Oh, er schmeißt drei Rote nach hinten und hat nichts getroffen. Ronaldo, bisschen Zielen üben. Gabo, hier, Karma-Stelle für deine komische Bombe, die du auf mich werfen wolltest. Nein. Oh, Mann. Er trifft drei Rote nicht, aber eine Grüne trifft er. Ah, ja, Lee ist doch da. Guten Tag. Ah, vier Pilze. Marius Arena. Ah, ach so, wieder Rote nach hinten, ne. Okay, alles klar. Naja, alles okay. Merke ich mir halt, ne. Ich merke es mir halt, wenn die Rote nach hinten gescheppert werden. Chibi Tollets. So, Chibi Chappert. Ach, Ronaldo hat schon wieder drei Rote, die er gleich nach hinten schmeißen wird. Man hat richtig Bock. Dödemann, wieso bleibt ihr euch alle stehen? Wieso bleibt ihr alle stehen beim Item? Nein, ich bin kein Stream-Sniper. Wie kommst du drauf? Weiß ich nicht, wie man draufkommt. Wem einfach stehen bleibt an den Items. Weiß ich nicht. Was ist denn der Platz? Kugel wie die Manno, bitte. Ja, Kugel wie die Manno. Und jetzt noch der Blitz. Drei, zwei, eins. Blitz. Oh, ja, direkt wieder den Stern gezündet wird am Telefon. Top drei. Top drei für die Twitch-Wette. Wer hat Belieft? Komm schon. Nein, ich kassiere noch den Grünen. Nein, ich kassiere noch. NOOOOO!